Aloha lieber Skorpion, ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Novemberlegung und wenn dich interessiert was im November auf dich zukommen wird und du vielleicht auch Interesse hast an einem Gewinnspiel teilzunehmen dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich! Yes, hello lieber Skorpion, schön dass du dran geblieben bist scheinbar hast du den Skorpion in deinem Sonnen, Mond, Venus oder vielleicht auch Aszendentzeichen oder aber du scheinst hier als Crosswatcher für einen Skorpion zuzuschauen jedenfalls ist das ja dein Monat und wie du siehst habe ich hier auch schon die drei Kartendecks vorbereitet mit denen ich hier heute legen möchte. Ich werde mit diesen Krafttierorakelkarten für dich eine Karte springen lassen und werde jetzt aber erstmal nach meiner Karoart mit den Tarot als auch Lennykarten hier ein großes Blatt für dich ausbreiten und ich habe mich dafür entschieden ein Gewinnspiel zu veröffentlichen und wenn du daran teilnehmen möchtest lieber Skorpion dann schreibe gerne unterhalb des Videos in die Kommentare ein Zeiler wie ja ich möchte gerne an diesem Gewinnspiel teilnehmen denn ich verlose drei private Kartenlegungen und du kannst dir aber auch anstatt einer Kartenlegung gerne ein Human Design Reading bei mir erstellen lassen das kannst du frei für dich entscheiden was du da haben möchtest und solltest du auf YouTube einen Namen in Hieroglyphen haben dann wäre ich dir sehr dankbar wenn du deinen Rufname dahinter schreiben würdest so dass ich dich eben auch adäquat ansprechen kann okay lieber November lieber Skorpion dann schaue ich jetzt mal in die Karten für dich und habe noch einen kurzen Moment Geduld Hex Hex so willkommen zurück lieber Skorpion vielleicht siehst du es ja auch du hast einfach mal drei Asse also bis jetzt bist du einfach schon mal das Glückskind der Novemberlegungen das passt ja hervorragend in deine Zeit und jetzt möchte ich ganz gerne noch ergänzend ein Krafttier Orakelkarte für dich hier springen lassen welches Krafttier begleitet den Skorpion durch den November um welche zusätzliche Botschaft geht es hier und wir haben den Panda wow und der Panda der steht für die Balance und der sagt dir der Panda erinnert an die Balance von Ying und Yang finde in deinem Zentrum und damit zurück zur Harmonie und Ausgeglichenheit wow und wir haben auch hier die Energie die Farbenergie gelb und orange was eben auch das Sakralchakra hier auch für dich anspricht und wir haben auch hier mit dem Unendlichkeitszeichen auch nochmal den Hinweis darum oder darauf dass hier auf jeden Fall etwas ja für dich in die Vollendung finden möchte und in dem Moment wo etwas in die Vollendung geht ist etwas komplett im Gleichgewicht in der Neutralität und in der Balance und ja maybe ist es dein Inneres wir werden sehen auf jeden Fall sind drei Asse hier schon echt ein absoluter Hammer lieber Skorpion also da bist du wirklich bis jetzt das Zeichen was hier damit sozusagen beschenkt wurde ja was mir hier so direkt ziemlich stark auffällt ist und ich meine ich habe das auch schon bei zwei anderen Sonnenzeichen im November gesehen dass bei dir Freude und Leid im November sehr nah beieinander liegen und ich erinnere mich jetzt nur leider nicht mehr an die Sternzeichen wenn es jemandem einfällt oder so dann schreib es auch gerne in die Kommentare jedenfalls beginnt dein großes Blatt hier mit dem Kind und hier schlage ich jetzt gerade mal diesen Kontext noch zu deinem Outcome denn du hast hier nämlich den Storch und du hast das dritte Ass nämlich das Ass der Schwerter und es kann für einige Skorpiongeborene so sein dass du einen Kinderwunsch hast und dieser Kinderwunsch wird dir im November erfüllt werden es kommt dazu dass du hier eine Chance bekommst zum Beispiel angenommen ihr probiert schon längere Zeit schwanger zu werden dann wird es definitiv im November gelingen es ist aber auch genauso gut möglich und ich nenne hier eben auch mehrere Möglichkeiten da wir in einer kollektiven Legung sind dass du hier auch schon Mutter oder Vater bist und es hier eben auch um eine weitere Geburt von einem Kind geht was sozusagen im November jetzt geboren wird und hier ist der Hinweis auch nochmal mit dem Storch und mit dem Ass der Schwerter dass es hier ein Kaiserschnitt werden könnte das ist aber wirklich sehr sehr individuell und das gilt natürlich auch nur für diejenigen die jetzt gerade noch schwanger zusehen ja ansonsten haben wir hier auch das Thema der Klarheit der Offensivität hinsichtlich der Thematik Richtungswechsel ich sehe lieber Skorpion dass du im November auf jeden Fall in deinem Fly High sein wirst du möchtest Veränderungen du möchtest Neubeginner und du blickst auch schon sehr stark mit deiner Energie in diese Richtung und ich sehe dass es hier aber noch ein paar unklare Themen gibt die du ganz gerne bereinigen möchtest und falls du energetisch auch arbeitest ist es hier für einige auch angezeigt dass du hier mit Erzengel Michael stark arbeiten wirst oder dass dir zumindest mal angeraten wird damit du hier eben noch alte Verstrickungen loslassen kannst um dich hier energetisch noch ein bisschen mehr zu befreien ansonsten strebt im November alles nach Balance und du hast neben dem Ast der Schwerter hier noch das Ast der Kelche und das Ast der Stäbe was eben auf jeden Fall noch weitere zwei Chancen hier für dich benennt und es geht hier auch um Gefühle und es geht um die Leidenschaft also um deine Themen in denen du ja sehr sehr tiefgründig bist und ich hatte das auch schon bei allen anderen Legungen beschrieben werde dazu auch ein kurzes einminütiges Short Video noch erstellen zu den November Energien an sich aber der November ist ähnlich wie der September auch wieder ein karmischer Monat leider aber es ist auch immer so dass schicksalshaft geführte Dinge auch immer gut sind und man muss da einfach nur offen bleiben in seiner Energie und auch vor allem in der Hoffnung bleiben dass sich auch alles gut für dich entwickelt und entsprechend hast du ja auch immer als die Schöpferin oder Schöpfer deines Lebens die Strippen in der Hand um dies eben auch leicht zu lenken nur in karmischen Monaten ist es halt so dass wir halt da nicht ganz so viel Einfluss drauf haben wie jetzt zum Beispiel in Monaten in denen die Energie anders ist jedenfalls sehe ich hier dass hier aus einer stagnierenden Situation die dich unfassbar stark belastet hier auf jeden Fall eine Klärung reinkommen wird und man hier über einen Neuanfang nachdenken wird beziehungsweise diesen auch im November noch angehen möchte für diejenigen die sich jetzt gerade fragen was bei mir gibt es keine Sache die mich so so super stark belastet dann lieber Skorpion ist es leider aber so dass dich hier im November noch etwas erreichen wird worüber du dir auf jeden Fall sehr sehr starke Gedanken machen wirst ich sehe auch dass hier ein Thema definitiv an dir nagen wird und das könnte unter anderem auch das Thema Stress sein also dass du hier zum Beispiel auch auf deiner Arbeit dich einfach überlastet fühlst ich nehme wahr dass du so eine gewisse Unruhe und so ein so eine Rastlosigkeit in dir hast und die kommt eben daher dass es ein paar Themen oder vielleicht auch ein wichtiges Thema in deinem Leben gibt wo du noch in den Unklarheiten bist wo du zwar gern in die Expansion gehen würdest oder auch das gerne transformieren möchtest damit hier diese Situation Wachstum erfährt allerdings ist es hier einfach nicht möglich es ist wie als würde das Schicksal dagegen arbeiten dass sich diese Sache hier in die Balance oder in das Gleichgewicht bewegt allerdings ist das nur deine subjektive Wahrnehmung und im Grunde sagen die Karten hier ganz klar dass das was das Schicksal im Hintergrund hier für dich vorbereitet oder der Grund warum hier gewisse Dinge in der Unklarheit sind eben eigentlich genau der Checkpot sind dass dir nämlich Menschen vom Leib gehalten werden die nicht richtig für dich sind dass hier Situationen nicht in dein Leben kommen weil etwas Besseres für dich vorbereitet ist es ist halt nur schon und das nehme ich hier auch wahr es kann schon sehr beschwerend werden im November also angenommen du hast irgendwelche Erwartungshaltungen und und du gehst ganz klar davon aus dass das auch so kommen wird und dann kommt oder entwickelt sich diese Sache aber komplett anders und das wird nicht nur bei einer Sache so sein sondern auch bei mehreren und dann geht es hier rum wie als würdest du geprüft werden in deiner Stabilität in deiner Standfestigkeit hinsichtlich deines Mindsets und auch der Vollmond der hier liegt kündigt auch nochmal an dass der Vollmond welcher für Mitte November in etwa sein wird auch für dich eine wichtige Phase wird um eben auch hier nochmal alte Energien loszulassen das hatte ich ja eben schon beschrieben mit dem Unendlichkeitszeichen also schau mal bitte in dein Leben welche Themen es hier gibt wo es jetzt wirklich einfach an der Zeit ist es loszulassen weil es halt einfach nicht mehr zu deiner Energie passt beziehungsweise wo du eben auch den Erzengel Michael an deiner Seite rufen kannst der dir hier mit Klarheit und eben auch mit dem Schwert hier zur Seite steht um dich eben auch nochmal auf einer anderen Ebene von diesen Energien besser lösen zu können jetzt kommen wir mal zu dem Thema Liebe ich sehe hier dass das einen sehr sehr großen Raum im November für dich einnehmen wird das Thema Beziehungen und die meisten Skorpione nehme ich hier auch tatsächlich in einer Beziehung wahr oder aber es gibt hier noch einen Wunschpartner oder noch einen Mensch auf den du schaust mit dem du dich noch sehr sehr verbunden fühlst aber für die meisten ist es so dass du vielleicht auch wirklich eine Familie hast oder hier zumindest jemanden hast mit dem du hier deine Zeit und deine Gefühle teilst was ich hier sehe ist dass ihr euch in dieser Verbindung gerade so ein bisschen unterschiedlich weiterentwickelt und es wird im November und das sehe ich hier so bis zur zweiten Novemberwoche einen Tag geben oder einen Moment wo dir plötzlich klar wird wie sehr oder wie drastisch diese Differenz zwischen euch beiden in der Entwicklung sein wird und ich sehe auch dass du dir vorher darüber in dem Sinne noch nie wirklich Gedanken gemacht hast und es geht jetzt sozusagen für dich darum dieses Gefühl was in dem Moment hochkommt in dir wahrnehmen zu können um das auch zu integrieren oder das auch einfach zu akzeptieren dass es da ist ja und da verlangt das Leben von dir hier wirklich viel Annahme allerdings ist das sozusagen die Lösung für deine Thematik im November dass du eben hier mit der lunaren Energie hier definitiv in die weibliche Pol in das weibliche Pol gehst und hier diese Annahme von dem was dir im Außen präsentiert wird oder das was dir hier bewusst wird was hier definitiv eine Differenz aufweist das kann gefühlstechnisch sein aber auch einfach im Sinne von Energie dass du hier eben mit der Annahme am stärksten und am schnellsten weiterkommst ja es ist allerdings schon so so dass dieses Thema hier sehr viel Stress bei dir verursacht und dieser Stress ist auch nicht wirklich positiv zu deuten sondern schon eher negativ und dein Gegenüber könnte hier ein Feuerzeichen sein nämlich Witter Löwe oder Schütze und wenn du jetzt hier gar nicht wirklich in Sachen Liebe auf diese Verbindung schaust die dir hier Probleme bereitet oder wo du eben auch feststellen wirst dass man sich irgendwie was die Zukunftspläne angeht so ein bisschen unterschiedlich entwickelt gerade dann könnte das auch eine Autoritätsperson sein das kann auch ein Chef sein wenn du hier sehr enge Verhältnisse hast arbeitstechnisch es könnte aber auch eine Vaterfigur sein oder auch dein älterer Bruder oder sowas also auch das ist definitiv möglich und man hat hier auch eine echt lange Zeit nicht wirklich offen miteinander geredet weil man hier irgendwie so in seinen Ängsten gefangen war oder auch so ja das Gefühl einfach hochkam es macht sowieso keinen Sinn das Ganze jetzt hier zu besprechen allerdings sehe ich dass hier ein Geheimnis oder etwas was noch im Verborgenen liegt auf jeden Fall auch nach oben kommen wird und das holen eben auch unter anderem diese drei Asse nach oben die ja auch immer etwas unfassbar positives mitbringen also auch wenn die Legung sich bisher jetzt ein bisschen schwierig anhört denn denn das ist sie eben auch in gewissen teilen also es ist wirklich so dass Freude und Leid im November sehr nah bei dir zusammen liegen ja aber wenn du das weißt kannst du ja auch viel besser damit umgehen und auch hier eben auch in diese Annahme gehen ja weil es werden wirklich sehr starke Gefühle hier auch in dir befeuert sage ich mal mit dem Ass der Stäbe und eben auch dem Ass der Kelche ja es kann auch sein dass dir hier eine Freundin oder ein Freund noch einen wichtigen Ratschlag dazu geben wird oder wie so eine Art Drittmeinung die du dir hier einholst weil du diese Situation irgendwie gar nicht für dich einzuschätzen weißt denn immerhin ist es hier eine große Liebe mit zehn der Kelche mit zwei der und auch mit dem Herrscher wird hier ganz klar auch ausgedrückt dass man sich hier mit dem anderen auch verbunden fühlt ganz egal was auch immer gerade im Außen für Probleme oder Herausforderungen sich zeigen man möchte eigentlich Harmonie und Frieden und hier ist es aber wichtig für dich Skorpion dass du auch noch bis zur dritten November Woche eine Entscheidung treffen solltest was diese Annahme der Gefühle angeht also hier ist es auch scheinbar wichtig dass du deinem Gegenüber wer auch immer das hier ist es können auch mehrere Menschen sein mit denen du genau in der gleichen zwischenmenschlichen Herausforderung steckst dass du hier deine Gefühle aussprichst dass du hier dein Gegenüber mitnimmst oder da abholst wo er oder sie steht und hier genau beschreibst was deine Intention ist wie du fühlst und wie du glaubst dass es hier für euch am besten weitergehen könnte denn nur wenn ihr offen hier miteinander redet ist es hier auch möglich dass man hier weiter in dieser stabilität mit diesem mensch bleibt auch durch diese starken konflikte oder herausforderungen die im außen aber auch im inneren wie gesagt auf dich zukommen werden du hast mit sechs der Stäbe hier schon die Karte liegen dass du das ganze meistern wirst ja es ist hier wirklich aber auch wichtig dass du in dich selbst vertraust und dass du auch dem Leben vertraust dass es dir immer zur rechten zeit die richtigen menschen schickt die richtigen umstände schickt und so weiter diese unklarheiten die hier auch bei deinem in seinen gedanken schwelen die werden wie gesagt auch plötzlich aufkommen hier werden plötzlich auch vielleicht gespräche dann gesucht werden und schaut halt einfach mal dass ihr nicht im feuer des gefechtes hier miteinander sprecht sondern am besten dann wenn sich beide wieder irgendwie neutralisiert haben und hier nicht mit einer ganz merkwürdigen energie aufeinander knallen denn das ist nämlich genau das was der panda auf gar keinen fall möchte streitigkeiten diskussionen und so weiter denn das wird hier zu nichts führen außer dass man sich noch weiter voneinander weg bewegt und das ist ja aber hier scheinbar auch gar nicht wirklich gewünscht ja sondern es geht hier nur darum den anderen mitzunehmen in seinem Entwicklungsprozess oder du möchtest ja auch von deinem Partner oder von deinen Freunden so angenommen werden auch wieder das Thema Annahme wie du bist ja und so wird es eben auch von dir wahrscheinlich herausgefordert dein Gegenüber entsprechend anzunehmen interessanterweise hast auch du die Fische hier liegen also es hat jetzt bis jetzt fast jedes Sonnenzeichen hier auch diese Thematik der Finanzen und Verträge lieber Skorpion auch du wirst dich hier bis Ende November nochmal damit auseinandersetzen ich sehe dass du hier dir da auch nochmal Gedanken machst wie du das zum Beispiel auch schaffen kannst dass du dein Geld noch weiter vermehrst dass du deine Finanzen stabilisierst und dafür kann es ratsam sein mal über deine Versicherungsverträge drüber zu gehen vielleicht hast du ja auch schon mal drüber nachgedacht deine Finanzen irgendwie mit Geldanlagen irgendwo anzulegen Wertpapiere oder sowas in diese Richtung dann könntest du dies auf jeden Fall im November hier gut für dich entscheiden ja ansonsten noch mal der Hinweis darauf bleibt hier wirklich sozusagen gelassen bleibe in deiner inneren Ruhe und wenn du merkst dass du an einem Tag einfach schon leicht gestresst bist dass du nervös bist dass du gereizt bist weil das nämlich hier ganz stark war dass es hier immer wieder mal Tage geben wird und sich dann aus dem Kontext heraus vielleicht noch etwas ergibt wo man eben auch miteinander ein klärendes Gespräch führen könnte dann mach es erst dann wenn du wieder in deiner Mitte bist ja und wisse noch mal dass dein Partner oder dein zukünftiger Partner wenn du jetzt hier Single bist auf jeden Fall ein sehr großes Interesse daran hat hier auch einen Neuanfang mit dir zu starten hier mit dir weiter an diesen Neuanfang zu feilen oder vielleicht auch das Thema Familiengründung nehme ich hier auch gerne noch mal auf hier wirklich eine wichtige Rolle spielt und für all diejenigen die Single sind und hier gerade in der Affäre sind oder hier so ein bisschen party mäßig was das Ganze angeht unterwegs sind bitte achtet unbedingt auf Verhütung weil das liegt hier wirklich recht offensichtlich dass das Ganze nämlich auch in diese Richtung gehen kann also wenn du jetzt nicht unbedingt eine Vaterschaft oder Mutterschaft geplant hast dann solltet ihr unbedingt darauf achten und ja lieber Skorpion dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen wunderschönen Geburtstagsmonat lass es dir gut gehen lass dich von diesen sehr starken Pole also so in das sehr in diese Euphorie aber auch in dieses Negative lass dich da nicht so sehr hin und her schmeißen sondern schau auch dass du in deinem Alltag Dinge integrierst die dir dabei helfen auch grundsätzlich in deiner Balance zu bleiben und dann wirst du hier definitiv dieses Ass der Kälte dieses Ass der Stäbe und das Ass der Schwerter hier genau richtig für dich handeln können du bekommst hier wundervolle Chancen liebevolle Komplimente du bekommst hier auch eine Chance dein Inneres Feuer zu entfachen hinsichtlich vielleicht auch eines neuen Hobbys was du dir hier aneignen wirst und es ist auf jeden Fall klar dass du dich von alten karmischen Strukturen hier lösen kannst vielleicht auch mit Hilfe eines Lehrers oder eines Gurus vielleicht sogar auch und auch dass du hier auf jeden Fall in die Klarheit finden wirst indem du in die Annahme dessen gehst was sich in deinem Außen präsentiert und in deinem Inneren sich zeigen wird lieber Skorpion ich freue mich darüber wenn du an meinem Gewinnspiel teilnehmen möchtest ansonsten lass mir einfach einen Daumen nach oben da teile auch gerne dieses Video und um einen möglichst guten Rundumblick auf den Monat zu haben schau dir auch gerne noch dein Mond Venus und Aszendenz Zeichen an alles alles Liebe Namaste